hallo meine lieben herzlich willkommen zu meinem neuen action haul mit dabei ist noch was von seaman und was von hammer also und was von ticke max und es ist nicht viel aber das möchte ich doch gerne zeigen diejenigen die mehr auf instagram folgen wissen wahrscheinlich schon genau worum es geht ich bin ein bisschen ausgeflippt ich habe euch ja mitgenommen und habe da etwas gesehen ich dachte nein ich muss kaufen so und ja ich gebe zu wahrscheinlich habe ich auch ein flaschentick und man also ich habe ein welcher tick das weiß ich ich habe wirklich viele becher ich liebe schöne becher und ich habe wirklich viele flaschen es ist aber nicht so dass ich ganz gezielt irgendwie eine flaschenabteilung gehe und nach flaschen suchen also bitte jetzt nicht missverstehen oder aber diese flasche zum beispiel die nicht schön ich sehe schon dass das glitzer zu sehen ist aber glaubt mir nicht so wie in live na also dass sie so haben wir aus so haben wir uns ja es ist absolut fest das ist nicht so dass man jetzt irgendwie total glitzer in den händen hält und die ist so schön klein und handlich und die passt sogar in meine kleine handtasche also die habe ich dann gekauft nicht habe ich noch kurz überlegt weil ich brauche sie eigentlich nicht aber die ist so schön und ich habe sie jetzt auch direkt ausprobiert und wie soll ich sagen der eine oder andere hat schon geguckt nach gestern in der halle wir waren gestern den ganzen dacke nach halle mein unser sohn hatte eine meisterschaft und ja da bringt man so das eine oder andere halt mit na und die standen auf dem tisch und meine tochter hat sie gesagt gesagt wie geil ist die denn dann habe ich nur gedacht nein 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 das ist meine bitte jetzt nicht weiter reden nicht fragen und so aber ich muss mal gucken sollte ich tatsächlich irgendwie in unserem ticke mexik oder so zu einer flasche noch mal sehen auch wenn sie jetzt dann silber sein sollte oder gold oder was weiß ich welche farbe hauptsache dass sie so glitzert kaufe ich ja auch eine aber da gab es halt nur diese eine die ist total schön genau eigentlich wollte ich jetzt was ganz anderem anfangen und zwar mit meinen fingernägel und der nagellack da hier drauf ist ist von action das ist hier der hier ne quatsch also den ich jetzt gerade trage ist der hier wieder heißt ja das ist echt total klein geschrieben da bin ich glaube ich raus als müsste ich auch stehen meine brille holen summer dream steht hier drauf glaube ich oder ja was soll ich sagen also der ist echt toll deckend na ich habe mir diese drei farben gekauft diese drei es gibt den doch glaube ich so in leicht bis gar nicht türkisgrün irgendwie so war fazit ist aber nach drei tagen schau da so aus ja so der blättert ab und hier da geht's los ja ich wollte mir noch den vierten holen aber das tue ich nicht mehr das habe ich mir jetzt gerade anders überlegt also der deck echt super ich habe zwei schichten drauf ich habe sogar überlag darauf gemacht weil ich wollte echt nur mal sicher gehen wenn er unterwegs sind dass der gut hält aber länger als drei tage hält er leider nicht jedenfalls nicht bei mir ich habe das gefühlt dass die kamera zwischendurch unscharf wird so jetzt bin ich wieder scharf oder also in der kamera meine ich oh gott machen wir einfach weiter also ich habe sie jetzt extra nicht noch mal erklärt weil ich dachte naja es wollte ich doch und dann habe ich gedacht ist egal dann zeigst du es also ihr wisst jetzt warum meine nägel so aussehen wie sie aussehen sehr schöne farbe glänzen super mäßig aber er hält einfach nicht und mein überlag ist echt gut also und ich habe dieses mal keine gartenarbeit gemacht ich habe nicht irgendwie stundenlang in der küche verbracht und im waschbecken irgendwie was abgewaschen oder geschrubbt backofen oder sonstwas was ich sonst immer mache wo meine nägel echt drunter leiden ich ziehe auch zwischendurch handschuhe an aber nicht immer manchmal muss einfach schnell gehen und manchmal plantst du es gar nicht und auf einmal stehst du da und schrubst kennt ihr das und dann sehen die nägel so aus aber diesmal habe ich echt nichts gemacht na da muss ich sagen ich habe hier die beiden hier noch die sind von catrice und die hatte ich mir hat ich glaube meine tochter hat sie mir geschenkt ich habe sie mir gar nicht selber gekauft die beiden die sind von den farben echt ähnlich die halten besser die sind nicht ganz 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 so deckend und auch nicht so glänzend wie der von action deswegen fand ich hier so platt erstmal sich den ausprobiert habe aber die halten länger genau so dann würde ich sagen weiter geht's wir machen mit dicke max weiter das waren ja eigentlich nur drei sachen und zwar habe ich mir noch diese handschuhe gekauft die waren reduziert auf acht euro was die vorher gekostet haben weiß ich nicht ist auch egal genau die brauche ich wenn ich im fitnessstudio gehe und dann an geräten arbeite da wünschte ich mir schon wirklich das ein oder andere mal sowas jetzt habe ich sie und dann habe ich einmal diese kuh hier mitgenommen das ist ein hundespielzeug und sie bekommt die hündin meiner mutter genau die nehme ich jetzt morgen mit zu ihr genau das ist eine überraschung von der weiß ich auch nichts und die ist total kuschelig und meine guckt schon und fragt sich hä was ist denn das und das quietscht und sieht so kuschelig aus aber die ist leider nicht für dich genau das waren diese drei sachen mit dieser flasche die flasche hat übrigens zehn euro gekostet 9,99 hat sie gekostet oh die funkelt ja von der seite so dann würde ich sagen machen wir weiter mit seemann genau da habe ich einmal diese socken mitgenommen das sollten notfallsocken sein gestern für gestern für die halle für meinen sohn wir haben den ganzen tag ja nicht da und er sollte seine seine trainingstasche selber packen ich vertraue ihm da ja auch voll also er ist elf und weiße socken ist ja immer so eine sache also die sind weiß so so sind sie immer weiß aber da bin ich ehrlich kriege ich sie irgendwann einfach nicht mehr so super sauber und die socken darf er dann natürlich ja noch nicht zum sport anziehen und als er sagte mama ich habe alles eingepackt auch weiße socken habe ich gedacht oh gott ich will gar nicht wissen welche socken er da eingepackt hat ich kaufe ihm lieber welche dann habe ich sie gekauft habe sie in meine handtasche gesteckt und habe vergessen in welche handtasche ich sie gesteckt habe denn am nächsten tag musste es schnell gehen und ich habe überall durchgewühlt alle sachen alle taschen alle tüten ich habe die socken nicht mehr gefunden und heute hatte ich den funken und wusste wieder wo ich sie hingesteckt habe ey kein kommentar aber wir haben noch mehr socken gekauft das ist ja so das komische wir haben noch mehr socken gekauft so ich glaube einmal 5er pack oder zweimal 5er pack ich weiß also auf jeden fall so doppelt pack 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 für den ganz kleinen und die sind weg also wir müssen sie da liegen lassen an meiner kasse ist es anders nicht möglich wir haben alles abgesucht alle taschen durchgesucht ich habe sie sogar in meiner kühltasche abgeschaut die sind weg diese socken sind einfach weg keine ahnung wie wir sie hingepackt haben ich weiß es nicht so aber für die nächste meisterschaft kann er sie dann haben die meisterschaft gestern ist übrigens nicht ganz so gut gelaufen aber das gehört dazu man kann nicht immer auf der treppe stehen man kann auch nicht immer wirklich erster werden und desto bessere oder desto mega wahnsinnige neuigkeiten kamen etwas später oder auch die waren eigentlich so fast mittendrin und vielleicht hat ihn das auch ein bisschen aus der verfassung gebracht denn er soll nämlich zu der weltmeisterschaft fahren nach bulgarien im november das finde ich schon ganz schön gut dann ist er schon zwölf mit zwölf bei der weltmeisterschaft finde ich echt gut also unsere tochter war auch bei einer weltmeisterschaft in korea und sie hat da tatsächlich sogar den ersten platz gemacht in ihrer altersklasse also das ist schon ich bin sehr stolz er macht aber völlig was anderes also er macht komplett was anderes und hat das jetzt halt mit zwölf geschafft also und sie war sie war sie war 14 genau 15 so weiter geht's ich habe von sie mein einmal dieses kleine shirt gekauft für den kleinen einmal so für den garten eine hose für den großen halt und ja da konnte ich ja nicht anders ich fand das t-shirt so süß und das haben wir dann halt im kleinen und einmal im groß mal gucken wie cool er das findet also der kleine findet das cool auch ob der große oder so cool findet weiß ich nicht das werden wir dann halt doch ja erfahren genau so das war seemann anziehsachen dann geht's weiter dann habe ich einmal diese tütchen mitgenommen und eigentlich wollte ich diese tütchen in einfarben mitnehmen und ich weiß nicht was da passiert ist das waren wahrscheinlich diese socken ich habe keine ahnung jedenfalls weiß ich dass ich halt nur die blauen gekauft habe und die gab es wirklich in allen Farben und den anderen habe ich vergessen ich weiß nicht wie das passieren konnte aber es ist wie es ist ich habe nämlich letztes jahr diese tütchen die hat jetzt echt gelitten so für den kindergarten fertig gemacht hier so an der seite hier so an der seite so einen kleinen briefumschlag geklebt dann stand da viele grüße von niklas und wenn man dann so den brief aufgemacht hat stand dann bis bald ich bin ab jetzt in der gruppe und das war halt ein abschiedsgeschenk von der krippe von der krippe halt weil er dann ja ins elementarbereich gegangen ist und dann steckte hier noch ein strohhalm mit so einem tierchen dran von action und dann noch einmal dieses sticker die sind auch von action ich glaube die kennt ja jeder so ein kleiner stempel war dabei einmal so ein glitzerkleber und dann hatte ich so paar sets ich glaube das waren Fenstersticker nennt man die so ich weiß gar nicht wie man die nennt jedenfalls immer so ausgeschnitten diese unterschiedlichen Mutti und habe sie dann so eingepackt und die waren dann auch noch in dieser tüte so das waren diese kleinen geschenke und er hat jetzt bald geburtstag und ich muss jetzt was machen und ich dachte ich brauche diese tüten aber jetzt kann ich mit 10 dieser taschen zurück 14 taschen zu wenig ich habe keine mehr also ich muss was anderes machen ich weiß nur nicht was wenn ihr eine idee für mich habt ich wäre glücklich darüber ich würde mich echt freuen denn im Moment bin ich absolut planlos weil der plan war ja Tüten kaufen vergessen das ist jetzt blöd also muss ich mir was anderes überlegen so dann habe ich einmal diese Wimpelkette gekauft ich weiß nicht warum ich das schon wieder getan habe es ist wirklich nicht meine erste noch nicht die zweite noch nicht die dritte ich muss sagen wir sind immer im sommer nach belgien gefahren während meine mutter hatte mal jeden sommer in belgien urlaub gemacht und wir haben sie da mal besucht und entweder hat sie sie mir mitgebracht und unter anderem diese Tüten hinten auch oder wir haben sie selber gekauft weil da gibt es ja auch einen Seemann ohne Ende ich glaube so alle 50 Meter gibt es da so einen Seemann ich will diese Kette diese Wimpelgelande selber machen es ist überhaupt keine Arbeit aber meistens ist das so man denkt nicht dran und dann braucht man sie sofort und für diesen Fall dass man sie sofort braucht habe ich jetzt wieder eine mitgenommen ja also gut aber was man hat man hat ne so dann habe ich einmal diesen Folienballon mitgenommen die vier weil der kleine wird jetzt vier leider steht hier nicht die Größe nein hier steht die Größe nicht ich habe keine Ahnung wie groß das ist das interessiert mich aber so ok es ist auch nicht ganz so klein eigentlich so ein Zwischen also es ist ein ah Moment ne da steht auch keine Größe ähm ich finde die Größe ist aber gar nicht so verkehrt die ist nicht zu klein und auch nicht zu groß so wunderbar einmal da wieder zurück so dann habe ich einmal diese Strohhalme mitgenommen die haben achso da stehen ja immer die Preise ne bei Seemann stehen immer die Preise dran das ist immer ja ganz schau ne hat ihr ungefähr gesehen 1,19€ vier Stück und die sind ja sind die nun jetzt aus Plastik oder aus Glas ich hoffe sie sind nicht aus Glas ich freue mich wenn sie aus Plastik sind aber wenn sie aus Glas sind dann gehen sie zu schnell kaputt eventuell hier und Plastik ja hoffentlich fühlt sich das nicht so wie die Kini an also das wäre dann nicht so cool aber das ist richtig drauf so nehm es ein ok es ist Plastik aber es ist ähm also die fühlen sich nicht so gummiartig an wie diese anderen von Action ne die man so hin und her biegen kann ach das also nicht so unbedingt meins die finde ich richtig gut die finde ich richtig gut also ich habe auch gehofft dass die genau so sind so ähm legen wir einmal beiseite ich glaube das war's was ich von Simon habe genau das war's so dann würde ich sagen machen wir weiter mit Action ähm von Action habe ich einmal den hier der wird aber nicht bei uns wohnen und der wird hier auch nicht bei uns wohnen die beiden gehen zu meiner Mutter die sind für meine Mutter dann habe ich diese Schmetterlinge hier gekauft so ich habe ähm du ich glaube es gibt vier verschiedene Farben richtig ich weiß es nicht ich hoffe ich hoffe es gibt nur diese vier verschiedene Farben weil sonst brauche ich noch die andere Farbe die mir fehlt genau die ähm habe ich letztes Jahr schon gekauft ne vorletztes Jahr schon gekauft ne letztes Jahr habe ich glaube ich keine Gartendieke gekauft oder ich weiß es nicht mehr auf jeden Fall vorletztes Jahr bin ich der Meinung habe ich ähm mir welche gekauft und die waren so 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 schön und die sind auch so schön und diese sind für meine Mutter ähm und ich werde uns aber auch noch welche holen genau so ich habe hier zwei Taschen die sind voll der ganze Tisch ist voll mit den Sachen die ich euch nochmal zeigen möchte und ich weiß nicht wo ich jetzt ablegen soll ich mache ab hier weiter leg ab und gehe direkt hier zu diesem hier äh die habe ich hier ähm ähm als ich an der Kasse stand habe ich gedacht das wäre jetzt auch eine Idee jedenfalls keine Ahnung ob ich sie bei uns hier noch bekomme weil bei uns sind sie überall restlos ausverkauft und als meine Tochter die gesehen hat sie gesagt oh mein Gott kann ich dir pinke haben und ich dachte nur hä ja klar was willst du mit einer Wasserpistole du so mit 17 und dann hat sie gesagt ihre ganze Schule ja jeder hat irgendwie so eine Pistole und die Mädels jetzt muss ich mal festhalten 17-jährige Mädchen ja begleben diese Pistolen mit Swarovski-Steinen und Glitzer Glitzer Puder und so weiter und haben dann so abgefahrene Waffen wo ich weiß gar nicht 100ml Wasser reinpassen und damit spritzen sie sich in den Pausen ab also ja ähm ich habe nicht schlecht geguckt sie kann natürlich die Pinke haben sollte sie sich die Pistole schön dekoriert haben werde ich sie euch zeigen also die wird definitiv jetzt irgendwie äh ja in die Kinder verteilt und eine Ersatzpistole bleibt eventuell weil ich hier bei mir liegen mal schauen oh Luba Hätte das unser Hund träumt so weiter geht's dann habe ich mache ich hier weiter mache ich da weiter ich mache hier weiter ähm Gartenabteilung bei uns sind die Handschuhe restlos ausverkauft in Niederlanden ein Haufen davon ähm haben wir Handschuhe gekauft Handschuhe Handschuhe Gartenhandschuhe ich sag's euch davon kann man nicht genug haben jedenfalls ich weiß nicht die halten aber auch nicht wirklich lange leider ähm also sobald man halt so ein bisschen Nägel hat dann na merkt man das recht schnell dass die durch sind aber ich bin froh dass wir überhaupt welche haben jetzt so dann haben wir fliegen klatschen gekauft bzw. fliegen wie nennt sie sich denn elektronische fliegen klatschen so elektrische fliegen klatschen ich weiß gar nicht ich glaub wir haben fünf stück gekauft das ist daran dass wir ja ein ein Haus haben und wir haben mehrere Taschen und wenn da oben irgendwie was ist und bis man dann unten angekommen ist und unten liegt sie auch nicht noch auf ihrem Platz die wird ja eine die wir haben dann ist hier ein bisschen Panik und dann wird hier echt gebrüllt und dann ist Ausnahmezustand ich zähne mich da selber auch drunter ne also ich hab echt Panisch Angst vor Wespen und so und das ist alles so finde ich toll die Insekten aber nicht in meiner Nähe daher haben wir so viele gekauft jetzt kommt sie in jedes Zimmer so ein Teil und dann fühlt sich jeder so ein bisschen entspannter hier ne also die Kinder und ich so ich war übrigens ich weiß gar nicht vor zwei drei Tagen ich weiß es nicht mehr im Gewächshaus und dann war ich bei den Tomatenbauern und dann fanden wir hier und ich denke okay es ist eine Wespe du bist am anderen Ende des Gewächshauses die Tür ist einmal auf der anderen Seite die fliegt gleich einfach wieder raus und dieses wurde immer lauter und ich hab nur so nach oben geschaut das war eine Hornisse ich bin gealtert wirklich ich weiß die tun nichts oder nicht so schnell wie eine Wespe war es das ist etwas das ist so eine ich kann das gar nicht beschreiben dass ich krieg sofort Schweißausbrüche es ist ich hab mich da nicht mehr unter Kontrolle ich hab einfach Angst ne also Wespen und Hornissen ich bei Bienen bin ich schon wirklich entspannter so sein also seit Jahren bin ich schon so dass ich sag okay flieg einfach weiter ne du tust mir nichts ich tue dir nichts ne aber Wespen ging gar nicht und Hornissen allein schon dieses Geräusch war so ein bisschen mehr wenn es so laut ist und diese Größe da ist bei mir schon alles aus ne also das war echt eine Begegnung die möchte ich nicht nochmal hier haben aber irgendwie muss ich sagen haben wir dieses Jahr recht wenig Wespen aber immer wieder sehen wir eine Hornisse ne also auch hier bei uns in der auf der Veranda hier ne fliegt zwischendurch immer so eine rum und dann denke ich ohhhhhh meistens muss ich dann irgendwie raus oder ich möchte Fenster aufmachen auf Kipp oder so naja also so eine Nervenkitzel Sache ist das schon wenn wir den Wespen und Hornissen aber wie gesagt sagte mein Mann naja also dadurch dass wir zwischendurch die Hornissen haben haben ja wohl keine Wespen ne also seid ihr froh naja bin ich bin ich was soll ich sagen bin ich nicht ähm machen wir weiter so mein Mann hat sich diese Campinglampe gekauft er ist ja Angler ne so in seiner Freizeit und er hat gesagt er würde sie gerne probieren so nacht angeln ich bin gespannt was er da so erzählt dann hat er sich einmal das hier gekauft ich mach mal so dann wisst ihr was es ist ja zweimal einmal für ihn und einmal für seinen kleinen Freund und dann da kamen noch so Nüsse dazu ich muss ja sagen es gab mal eine Zeit lang da war ich echt süchtig mit nach diesen Nüssen ne also nach diesen Mix da das war wirklich eine schlimme Zeit ne ich das war ich bin ja ich fahre mal zu meiner Mutter und da fahre ich immer in eine Richtung so um die 45 Minuten 40... na 40... eher so 45 Minuten sehr sehr selten bin ich drunter und äh im Gegenteil es kann auch schon mal sein dass ich anderthalb Stunden zu meiner Mutter brauche ne also ich muss ja die A7 komplett rüber die andere Seite von der Elbe also Hamburg muss ich einmal komplett rüber durch und dann war das schon mal ganz cool wenn ich die Nüsse dabei hatte ne und dann ist dann mal schon so eine dreiviertel Packung ne hin und zurück fahrt draufgegangen habe ich gedacht das geht nicht das geht gar nicht das ist ungesund und das mehrmals die Wochen ne also und da habe ich gesagt so diese Nüsse kaufe ich nicht mehr und es war sehr schwer mir das anzugucken dass meine Tochter sie immer gemampft hat aber irgendwann hat sie dann auch gesagt ja ne ich habe möchte auch nicht mehr und dann waren wir jetzt ja in Niederlanden und die Fahrt dann habe ich gedacht ich klappe jetzt auch mal die Nüsse kaufen also ich hoffe ich habe mich wieder nicht angefixt dass ich mit diesen Nüssen wieder anfange ich hoffe wirklich nicht denn ähm aufhören ist wie mit rauchen so weiter geht dann habe ich einmal in den Niederlanden den wir gesehen und gekauft für den Garten das würde ich sagen wenn man schöne Sachen hat und schöne Handschuhe und so äh dann hat man noch mehr Spaß in der Gartenarbeit oder so ähnlich leider nicht aber es muss ja nun sein und daher hat man ja wenigstens was schönes ne genau ich tröste mich mal damit wir haben einmal diese Kopfhörer gekauft für den Kleinen die sind ah da liegen sie die sind nämlich schon ausgepackt und was soll ich sagen die haben den Test bestanden äh Sorgen hatte ich mir gemacht um dieses Teil hier dass der wegbricht wir hatten ja gestern dabei bei der Meisterschaft und es ist so dass da absolute Stille sein muss ne und normalerweise finde ich dass er einfach noch ein bisschen zu klein ist und da hat das immer funktioniert dass entweder die Große auf ihn aufpassen konnte oder halt meine Schwiegermama aber gestern ging das nicht und er musste mit und das war auch Gott sei Dank eine ähm ähm eine Vereinsmeisterschaft so hier bei uns nicht so weit weg dann haben wir ihn mitgenommen und zwischendurch haben wir den einfach diese Dinger da aufgesetzt und ähm ich weiß gar nicht was er da gestern geguckt hat keine Ahnung keine Ahnung jedenfalls das dann mit der Großen in der Ecke oder er hat sich dann was angeschaut was natürlich Dreijährige gucken dürfen ganz klar die haben auf jeden Fall den Test bestanden die sind nicht kaputt gegangen weil da hatte ich am meisten mir äh gedanken aber ich dachte ich weiß nicht weil er immer das Handy so abgestützt hat ne so 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 haben wir die hier noch mitgenommen die lassen wir jetzt hier also unser Sohn hat schon zwei davon die hier bleiben hier ähm liegen ja ab und zu haben wir halt Besuch mit Kindern und dann kriegt kriegen die das mal geschenkt so dann hab ich noch so eine Box gekauft da kommt übrigens der der dieser Maker dieser Label Maker heißen die so? ich weiß nicht mehr dieses Gerät was eigentlich nicht so toll ist aber ich hab ja dieses Pondoro Gerät noch und mit den ganzen Auffüllpackungen ist der die alte Box zu klein jetzt hab ich die größere Box dafür gekauft ich hoffe ich krieg da alles rein so dann haben wir diesen hier machen und erstmal was auspacken so das war einmal ganz kurz laut oh sehr laut so einmal dieses lange Feuerzeug haben wir gekauft und das ist nämlich beim letzten Grillen irgendwie kaputt gegangen dann hatte ich noch einmal diese diese Pflaster gekauft aber nicht nur die sondern auch noch die hier und die genau so hab ich mir das vorgestellt also ich pack's jetzt nicht aus ich weiß kann kann man das durchsehen ne da nicht aber die Größe so ungefähr ne genau weil meistens braucht man doch schon etwas größer also für die Knie und so ne und ich hoffe dass die gut halten genau aber das Motiv ist echt niedlich ne guck mal dieser Drache ist schon süß so ne das ist ein Monster oh Gott das hier ist ein Drache und das hier ist ein Monster ne also dann haben wir noch davon glaube ich vier Packungen gekauft zwei nehm ich mit für meine Mutter und die anderen hier für uns die kaufen wir regelmäßig nach die sind echt super und ich hab das Gefühl hier ist irgendwas ausgelaufen entweder waren es die Seifenblasen oder die Seife ich tippe jetzt mal hier auf die Seife hm so ich das aber einfach wieder nach unten Warte die kaufe ich da auch regelmäßig nach so die nehme ich immer zum Ableckchen der Nägel und dann habe ich einmal diese Seife hier gekauft weil wir haben so einen Spender den man auffüllen kann das ist so ein ähm ähm Sensorspender so der reagiert auf Bewegung und dann kommt da immer so ein bisschen Seife raus und wir haben so einen neuen so einen ganz großen der ist echt gut obwohl ich am Anfang gedacht habe oh mein Gott nein aber der ist so super den kann man von oben halt einfach aufmachen dann Seife auffüllen und dann gut ist so ich weiß nicht irgendwas da habe ich das Gefühl läuft hier gerade aus äh das waren doch die Seitenglaube ich stelle die noch die ersten da an die Seite dann habe ich einmal die hier mitgenommen und das sind kleine Rosinen aber die sind ja so süß verpackt ich mache die mal auf der Gedanke dahinter war jetzt ist das wie gesagt da denke ich wir haben bald ein Geburtstagskind wir brauchen kleine Geschenke und dann habe ich die gegriffen ich war schon fast an der Kasse und dann guckst du nur so zwischendurch weil die Schlange da so rum ging und dann habe ich einfach nur diese kleinen Bäckchen gesehen so da habe ich gedacht oh wie cool so für die Tüten für die Kinder und dann habe ich später gelesen Rosinen ich glaube nicht ich glaube nicht dass kleine Kinder auf Rosinen stehen das sind wortwörtlich einfach ja steht ja auch da ich meine was erwarte ich denn jetzt auch ne Rosinen aber ich mag Rosinen also ja ich glaube verschenken werde ich sie nicht ich werde sie selber essen oder mal gucken oh man so das ist jetzt meine Packung die werde ich jetzt auch essen also nicht während ich hier mit euch rede und euch Sachen zeige sondern gleich anschließend so Action ich habe neue Stanzen bekommen ja ich kann mein Glück selber nicht fassen das hat auch wirklich Nerven gekostet weil wir waren glaube ich in vier Action und da waren die gleichen Sachen die wir auch haben und teilweise waren die auch recht leer und ich war jetzt nicht so traurig oder so weil ich fand diesen Trip einfach so toll nur mein Mann und ich ohne Kinder das ist schon mal was anderes und eher selten ähm aber dann waren wir irgendwie ich weiß gar nicht in welchem Eck drinne und mein Mann geht immer direkt zu den Stanzen da wusste schon genau was ich suche aber und auf einmal hält er was in der Hand und ich nur so das ist jetzt irgendwie nicht real das kam mir wirklich so unreal vor weil ich war mir sicher die haben sie einfach nicht die haben sie einfach noch nicht aber scheinbar hatten sie sie schon und in dem einen Action habe ich zwei bekommen und in dem anderen habe ich ähm die restlichen bekommen aber auch nicht alle auf einmal irgendwie habe ich dann ich weiß gar nicht glaub wo war ich denn da bei den Fliegenklatschen ganz vorne hatte ich dann noch eine gefunden also da hat jemand wohl sich das anders überlegt keine Ahnung ist mir auch egal es soll mir recht sein Hauptsache ich habe sie jedenfalls habe ich mir dann die Stanzen gekauft und unter anderem habe ich mir noch so Stempel mitgenommen da habe ich jetzt keine Ahnung ob die neu sind oder nicht neu sind also ich habe die ja in klein ich habe die auch von der lieben Manuela geschenkt gekriegt den kleinen die sind jetzt größer und äh bei den Stempeln dachte ich jetzt auch gar nicht an mich sondern an meine Kinder und auch an die große weil die macht ja auch Pfeilefaxing also die ähm ist da mit ihren Plännern am machen und tun und da habe ich mir gedacht ach ja guck mal so da gibt es noch so ein Hashtagzeichen und ein Herz und so ähm bei den Stempeln habe ich halt an sie gedacht das bringe ich hier einfach mal mit ne genau ich weiß auch nicht ob es da andere gab da gab es ich glaube so vier von denen ob es die vielleicht noch in kleinen äh Buchstaben gab weiß ich nicht kann ich nicht sagen dann habe ich mir noch diesen 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 Kugelschreiber gekauft ich glaube ich habe ihn schon ich weiß es nicht mehr aber ist nicht schlimm ähm ich habe einmal dieses Stempelset gekauft ich kann mir vorstellen dass es schon alt ist ich weiß es nicht es ist für mich neu weil ich es halt nicht habe und auch nicht mehr gesehen habe genau das habe ich einmal mitgenommen einmal diese Stiele habe ich gekauft sie werden verbastelt und die brauche ich auch zum Einrühren von Epoxidharz und so weiter dann kommen wir einmal zu den äh Stanzen einmal habe ich mir diese hier gekauft und ich hoffe wirklich sehr dass ich sie nicht habe ich weiß sie ist echt alt ähm irgendwann hat meine Mutter mir von dieser Serie Stanzen aus Berlin mitgebracht und weil es war mal eine Zeit wo ich halt mit der Action noch ja keine Ahnung ich habe sie nicht gekauft warum auch immer oder die waren recht schnell weg ich weiß es nicht mehr und irgendwie ist mir so dass sie davon nur eine mitgebracht hat und meinte sie leider behalte ich sie selber weil die gab es halt nicht zwar weil du kannst natürlich jedes Mal ausleihen wenn du möchtest und hat mir andere davon aus dieser Serie mitgebracht ich weiß es nicht mehr keine Ahnung also sollte ich sie doppelt haben werde ich diese halt verschenken verschenken so und dann habe ich die hier alle bekommen insgesamt sind das sechs stück und ähm genau die sind echt groß ne also muss ich ja mal sagen die sind 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 21 lang also diese Stanze hier ne die ist 21 lang und die ganze Einzelfde und der Fabetische oder das die sind wir die ca ich glaube ich werde mir den keine karten basteln ich habe damit noch was anderes vor der ist richtig richtig gut hier mit gekostet haben die 390 Wenn ich mich nicht irre, ich glaube, ja. Und zum Schluss kommt die hier. Auch schön. Der Banner hier sieht echt toll aus, oder? Und dieser Schneiderling, oh, da kann man auch so was Schönes machen. Wenn man im Schatten hinterlegt. Richtig, richtig cool. So, dann habe ich mir noch dieses Papier hier gekauft. Ich hoffe, da ist Silber mit dabei. Ich hoffe sehr, ich weiß es nicht. Ich kann ja mal kurz reingucken, dann weiß ich ja schon mal, woran ich bin. So, einmal ganz schnell. Oh mein Gott, super. Gut gegriffen, würde ich sagen. Sehr, sehr schön. Oh Mann, das ist super. Oh, da freue ich mich. Ich hatte nämlich zwei oder drei Pakete und dann habe ich gedacht, oh Mann, du brauchst ja alle nicht, weil ich habe ja schon aber Silber ist aufgebraucht. Und dann, voilà. Gut gegriffen. Was soll ich sagen? Sehr schön. Bin sehr, sehr zufrieden damit jetzt. Ähm, zwei Stöckern beiseite. Dann habe ich noch ein paar Algen gekauft. Oh, voilà. Ich weiß nicht, ob dieser hier neu ist. Keine Ahnung. Für mich schon. In diesem Moment auf alle Fälle. Ich habe da echt so einen Stapel Papier, dass ich mich jetzt nicht wundern würde, wenn ich ihn schon habe. Aber ich glaube nicht, ich glaube, an den würde ich mich erinnern, glaube ich, ne? Also der ist echt super. Also, was soll ich sagen, ne? Schaut mal. Ne, aber im Kopf ist blöd, ne? So. Ich glaube, so ist besser. Ach so, und der ist übrigens, hoppla. Der ist beiseitig, ne? Der hat beide Seiten, hat ja. Der hat auch immer mehr Wasser. Genau, einmal. So sieht gut aus. Kann ich den anderen einfach mal so blättern? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, das ist so. Jetzt kommt der mir doch irgendwie bekannt vor. Ich weiß auch nicht. Oh Mann. Also. Keine Ahnung. Ich bin mir aber sicher, der eine oder andere weiß das von euch. Das ist ein Motive, ne? Genau. Also, daraus kann man so super schön Urlaubsalbum basteln. Aber, also den hätte ich auch gerne zweimal gekauft. Da bin ich echt ehrlich, aber gab es leider nicht. Der war nur einmal da. Und dann habe ich ihn mitgemacht. So, mal den. Und dann habe ich mir die beiden hier gekauft. Also, ähm, den. Da gab es noch, ich glaube, ein oder zwei weitere. Ich glaube, zwei weitere. Bei dem einen habe ich mir noch überlegt. Und bei dem, bei dem, bei dem vierten. Das war überhaupt nicht meins. Ich konnte mit dem einfach nichts anfangen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Das war, hat mich einfach nicht angesprochen. Hätte ich die vielleicht zuerst gesehen, wäre das noch was anderes. Aber, nachdem ich die beiden in meinen Händen gehalte, habe ich gedacht, oh ne. Was willst du mit denen? Keine Ahnung. Es kann sich natürlich noch ändern, wenn wir sie hier bekommen. Dass ich dann auf einmal hier an in der Hand halte. Und, äh, vielleicht ist es auch launeabhängig, ne? Manchmal ist das so, du hältst was in der Hand. Und denkst, oh ja. Ne? Und da hast du voll die Idee. Und das war da einfach nicht. Und ich habe so viel Papier, dass ich gedacht habe, du kannst, du sollst einfach nicht mehr kaufen. Und, äh, ich weiß, haben, Hauptsache haben, ja. Aber Papier nicht mehr. So. Im Moment, ähm, versuche ich mich da ganz strikt dran zu halten, nicht jeden Album zu kaufen. Der ist übrigens nur einseitig. Und ist ein bisschen verliert. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. So. Ich weiß noch gar nicht, wie ich am besten hier so Blätter für euch. Genau. Also einmal jeweils immer verliert und einmal nicht. So, und das sollte ich, glaube ich, mal so zeigen. Auch schön, ne? Genau. Zweimal. Und. Das war jetzt nicht der Plan. Ich würde gerade sagen, super schöne Herzchen, ne? Aber schaut mal hier. Ich mag die Farbe so gerne leiden, ne? Genau. Genau. Und dann einmal die Farbe. Die Kunstbüro. Und dann habe ich noch den hier gekauft. Ich glaube, ich blätter jetzt ein bisschen anders. Vielleicht so. Ja, also ihr könnt das, glaube ich, auch erkennen, dass der Teils poliert ist. Also, ich bin irgendwie eine Niete, ne? In Albenzeigen. So, irgendwie funktioniert das heute einfach nicht. So. Tja, ich nehme die Kamera halt, ne? So leicht folierte Herzchen. Oh Gott, die sind so winzig, aber so, so süß. Genau, das ist aber nicht foliert. Ach, ich hätte gleich mal direkt die folierte Seite zeigen können, ne? Und dann, was soll ich mal so durchzublättern, mal wieder? Ich glaube, vorhin hat das auch am besten geklappt. Guck mal, was steht denn da? Das kann ich gar nicht lesen. Ach doch, das steht. Ach so, Moment, ich muss das einmal drehen. Dann könnt ihr das selber sehen. Guck mal, da. Also, superschöne Farben, alles kann man, kann ich nicht meckern. Mir gefallen wirklich alle, alle. Alle Seiten. Weil es bis jetzt nächste war, wo ich hätte sagen können, weiß ich nicht, was soll ich denn damit machen? Oh, wie süß. Superschön, total ansprechend. Oh, was soll ich denn da fallen? So. So, hier muss ich auch nochmal drehen für euch. Und. Genau, da sind wir schon wieder bei den Herzchen, die habt ihr ja schon gesehen. So. Dann, ich sehe hier gerade noch, ich habe mir hier jetzt gezeigt, oh mein Gott, ich weiß noch viel mehr. Da habe ich einmal noch den hier gekauft, ich weiß nicht, ob es den bei euch gibt, oder ob der demnächst kommt, oder keine Ahnung. Lipbalm mit Sugar Scrub, also mit Zucker Peeling. Ich schub den mal raus. Den gab es einen Zitronengeschmack, Geruch, keine Ahnung, Geschmack, ich weiß noch nicht. Oh mein Gott, der riecht echt gut, ne? Der riecht so richtig, richtig gut. Er sieht aus wie so ein, wie so ein Spielzuglippenstift. Kennt ihr diese Kosmetik-Sachen von ganz, ganz früher so? Als wir noch so klein waren. Die so, die nicht mal gemalt haben, die waren wirklich aus Plastik, ne? So. Die sieht so aus. Okay. Ich glaube, das ist ein Peeling. Ein Peelinglippenstift. Ich sollte mir mal durchlesen, was da hinten steht, ne? Also es ist mir auf jeden Fall zu klein geschrieben und mal eine Brille ist im Wohnzimmer. Das mache ich nachher. Auf jeden Fall riecht der gut. Ab jetzt nun was taugt oder nicht, kann ich nicht sagen. Und ich glaube, da gab es noch Wassermelone, Zitrone und vier verschiedene Geschmacksrichtungen. Geruchsrichtungen. Ich weiß nicht mehr genau welche, aber er riecht richtig gut. Er riecht tatsächlich nach Rosen, ne? Also er riecht richtig gut. So, und dann habe ich hier noch was gekauft. Und das war übrigens in dem Action, in dem ich alleine drin war. Weil mein Mann meinte dann so, Schatz, renn mal schnell rein. Guck mal. Auch wegen den Stanzen und so. Und ich plane schon mal die nächste Route, also in den nächsten Action gibt es schon mal ein Navier ein und so. Und da habe ich natürlich die Gelegenheit genutzt, etwas zu kaufen, was wir nicht brauchen. Er hat ja schon mal gesagt, wir haben hier so viel, was wir einfach nicht brauchen. Es ist wieder so ein Teil, was wir nicht brauchen. Schatz, hiermit siehst du es. Du hast es noch nicht gesehen. Aber du wirst ja dieses Video wahrscheinlich auch angucken, dann weißt du. Wir haben ein weiteres Teil, was wir nicht brauchen. Aber es ist so schön. Und ich finde schon, dass ich das gebraucht werde. Denn, ich packe das mal eben aus. Also ich hoffe, damit ist alles in Ordnung. Weil ich weiß nicht, ob ich in Deutschland was umtauschen kann, was ich in Niederlanden gekauft habe. Keine Ahnung. Aber es schaut gut aus. Es ist nichts kaputt. Gekostet hat das, glaube ich, 3,99 Euro. Ich weiß nicht, ob wir sowas hier haben oder nicht. Ob wir noch reinkommen oder nicht. Keine Ahnung. Wir haben da so eine Aussparung, damit sie auch nicht so vom Tablett runterrutschen. Und die sind wirklich nicht so winzig. Ich meine, wir sind hier 5 Personen. Und wenn wir dann frühstücken, dann haben wir hier Cherrytomaten oder Gurken oder keine Ahnung. Irgendwie vielleicht aufgeschnittenen Avocado. Das machen wir sonst auch auf anderen Sachen, die hübsch aussehen, aber die man nicht unbedingt braucht. Aber ich finde, Auge ist mit. Und so sonntags kann man sich das schon mal auf den Tisch stellen. Genau, ich finde das total toll. Finde ich echt schön. Und das ist, wie gesagt, nicht zu klein. Also richtig, richtig cool. So, ich glaube, das war es mit Action, oder? Achso, habe ich euch dieses Teil hier gezeigt. Das habe ich auch noch einmal lang gekauft. Das kennt ihr, glaube ich, alle, ne? Das ist ja nur nichts Neues. Und das ist echt gut. Es ist echt... Man muss lüften und so, ne? Ohne Ende. Aber es ist echt effektiv. So, und dann habe ich noch zwei Sachen bei Hämmer gekauft. Bei Hämmer wollte ich ja gerne einen Becher mitnehmen. Ich habe mir gedacht, okay, wenn du zu Hämmer fährst, kaufst du dir mal wieder einen Becher. Aber ich war dieses Mal echt enttäuscht. Die hatten nur zwei verschiedene Becher. Und da war kein Bau-Effekt. So. So einfach ist das. So kann das ungeplant passieren. Ich war echt geschockt. Ich habe immer, Hämmer hat so geile Becher. Ich stand normalerweise immer da und habe gedacht, ich weiß nicht, welchen soll ich kaufen. Die sind alle so schön. Und dann haben sie so schöne Sprüche drauf. Die sind meistens so poliert, so Gold oder Silber und so. Dieses Mal zwei Becher. Auf dem einen waren komplett überall Gänseblümchen drauf. Und da andere, ich weiß nicht, was mir wieder ausgesehen hat. Irgendwas blaues? Blau? Blau? Keine Ahnung. Also ich habe mir keinem, mein Mann hat gesagt, keinen Becher, weil er wusste, ich fahre da hin und kaufe einen Becher. Normalerweise ist er derjenige, wenn ich mit ihm unterwegs bin, ich kaufe mir keine Becher. Ich kaufe mir keine Becher, weil er, also es ist nicht so, dass er sagt, nein, du kaufst jetzt keinen Becher oder so. Sondern er sagt, so hast du viele Becher. Also ist es wirklich dieser Becher, hast du wirklich diesen Bau-Effekt, und dann kaufe ich ihn dir. Und dann, ja, egal, ich bin ohne Becher nach Hause gekommen, oh Mann, aber ist nicht schlimm. Ich bin mir sicher, ich werde den einen oder anderen Becher noch woanders kaufen. So, ich habe einmal die hier gekauft. Und zwar, das ist ein Traubenzuckerbröhrchen. Was heißen die? Und ich fand, die sind so, so, so süß verpackt. So, ganz klein. Und ich bin gerade dabei, so kleine Taschen zu machen. Und die kommen dann da rein. So, dann kann ich mir wahrscheinlich mal, ja, die halt mitverschenken. Wisst ihr, was ich meine? Und dann habe ich noch einmal die hier gekauft. Und nein, ich trage so etwas nicht in meiner Freizeit und auch nicht, wenn ich ausgehe. Und meine Tochter auch nicht. Aber, die sind für meine Tochter, die hat eine Meisterschaft nächste Woche. Und sie braucht noch unbedingt diese Strumpfhose. Also, diese Musterung in der Strumpfhose. Ich hoffe, dass die nicht so schnell kaputt geht, weil wir müssen ja zwischendurch noch eine Generalprobe, also die müssen noch eine Generalprobe überstehen. Aber die gab es nur einmal, in der Größe. Ich bin aber auch noch überlegen, wo kriege ich die so Honkermüller? Ich bin mir nicht sicher. Ich werde sie sonst eventuell noch bei Amazon bestellen und sicher, sicher, wenn man da noch so eine in der Tasche hat, falls irgendwas schief läuft. Genau, sie hat eine Meisterschaft und sie fährt eine Kür Steampunk. Und dann hat sie so ein richtig, richtig tolles Kostüm. Also sie sieht wirklich so Hammer-Mädchen und so ein riesen Hut und eine Brille und so. Ein schickes Kleid hat sie an und das Model, was auf diesem Kostüm da abgebildet ist, also auf der Verpackung, hat diese Strumpfhose an. Dann haben wir gedacht, okay, müssen wir uns jetzt gar nicht den Kopf zerbrechen, wir besorgen einfach auch so eine Strumpfhose. Jetzt habe ich eine besorgt. Ich finde, was bei dir so schön ist, dass die Lochung nicht so groß ist, also nicht, dass die Abstände nicht so riesig sind. Aber schade, dass ich sie nur einmal bekommen habe. Genau, die hat 6,50 gekostet. Ich glaube, das lohnt sich nicht, bei Hammer zu bestellen. A, sie würde nicht rechtzeitig kommen, eventuell und B, Versandkosten, das würde sich gar nicht retieren. Also, also ich werde nochmal gucken bei Amazon oder Honke Müller. Woanders fällt mir jetzt nicht ein zu gucken. Genau, so. Ich muss hier einmal kurz gucken. Habe ich auch alles gezeigt? Ich weiß es nicht. Ich hoffe schon. Ich werde mit den Stanzen habe ich was vor. Ich werde direkt gleich hier alles wegpacken und dann an meinen Basteltisch gehen. Ich bin so hin und her am überlegen, mit welcher fange ich am besten an, weil die sind alle so, so schön. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch vorhin noch auf meinem Tisch, die lagen ja schon auf meinem Tisch, die Stanzen, und dann hatte ich diese schöne Teile in der Hand, dieses richtig, richtig schöne Teile. Was macht man hinten? Guckt mal. Guckt mal hier. Guckt mal. Oh, das ist eine Vor- und-Fieder und die glitzert. So, jetzt muss das jetzt irgendwie rüberkommen. das müsst ihr jetzt einfach mal glitze, glitze jetzt los hier. Also, so glitzert, das war nämlich schön. Das steht für dich. Das war nämlich ein Geschenk von der liebe Manuela für mich. Also, das ist nicht nur das. Wahnsinnig viel habe ich bekommen. Da ist leider was mit dem Video schiefgegangen. Oh Gott, ich hoffe, du verzeihst mir. Auch an dieser Stelle noch mal entschuldige. aber, ich werde trotzdem die Sachen zeigen. Nach und nach, zwischendurch, ich werde Sachen zeigen. Ich darf nur den Überblick nicht verlieren. Ja, meine Lieben, mittlerweile habe ich ja so einen Wagen, so einen Ikea-Wagen. Der war mal Dukis, ist mittlerweile grau und sieht schick aus und da sind jetzt ausschließlich nur noch Sachen von der lieben Manuela drinne und den Wagen werde ich abdrehen. Wie gesagt, ich habe das ja mal, ich habe ein Video gedreht und dann haben wir das von Handy auf Notebook übertragen, auf Macbook. Oh, lange Geschichte. Echt, hat mich Nerven gekostet. Aber es ist halt, wie es ist, da ist was schiefgelaufen, das Video ist halt weg und ich bin die ganze Zeit noch überlegen, wie zeige ich denn am besten die Sachen. Die zeige ich dann zwischendurch. auf Instagram, hier. Und ich werde einfach diesen Wagen abdrehen, fällt mir gerade ein. Das ist doch die Idee, oder? Da sind wirklich so schöne Sachen, so außergewöhnliche Sachen unter anderem. Also Sachen auch so, die ich halt noch nicht gesehen habe. Und davon ist so viel zu sehen. Ich sage es euch, so schöne Sachen. Und außerdem habe ich noch ein Paket, was ich auspacken werde. Und nein, frag mich nicht, wie kannst du dein Paket liegen haben und es nicht auspacken? Ich weiß es selber nicht. Normalerweise, ich bin der ungeduldigste Mensch auf diesem Planeten. Ich habe keine Ahnung, wie ich es schaffe, aber es ist wie es ist und eventuell packe ich es heute noch aus. Mal schauen. Also das ist dann wahrscheinlich das nächste Video, was kommen wird. Genau, ich werde jetzt gleich nicht in den Garten gehen. Ich werde jetzt an meinen Basteltisch gehen. Ich sehe nämlich gerade meinen Mann, der am Arbeiten ist. Aber er ist mir nicht böse, wenn ich heute nicht rausgehe. Denn für heute habe ich ja was anderes geplant. Man kann ja nicht nur arbeiten, ne? Also ich meine, das ist ja auch Arbeit. man macht damit ja auch sich glücklich und andere auch Arbeit. Genau. Und was soll ich sagen? Ich werde euch auf jeden Fall zeigen, was ich daraus gemacht habe und aus diesem Papier gemacht habe. Ich werde auch versuchen, dieses Papier zu basteln. Plötzlich stand sie zusammen hier und werde euch das demnächst zeigen. Das werden wahrscheinlich Algen werden. Das ist mein Plan. Mal gucken. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit mir. Ich hatte auf jeden Fall Spaß mit euch. Und wer mich noch nicht auf Instagram abonniert hat, tut das bitte. Dann nehme ich euch mit und dann erfahrt ihr zwischendurch als Erster, wenn es um solche Flaschen geht. Wenn ich mal unterwegs bin oder so, dann seid ihr einfach dabei und habt Spaß mit mir. Auch wenn es im Kochen ist oder ich im Garten bin oder keine Ahnung, ich auch mal beim Training meiner Tochter bin. Übrigens an dieser Stelle ganz, ganz wichtig für die ganzen Herzchen, die ihr geschickt habt auf Instagram, als ich das kleine Stück der Kür meiner Tochter gepostet habe. Und dann hat sie gesehen auf meinem Handy und hat gesagt, oh, ist das schön. Sie stand so da, so. Und ich habe sie so, am liebsten hätte ich das fotografiert, aufgenommen für euch. Ich freue mich natürlich immer über Herzchen. So ist das nicht. Aber diese Herzchen waren ja für sie. Ich habe sie ja gesehen. Ich habe so ein bisschen gepostet, was sie so macht. Wir waren in einer Halle und sie hat trainiert. Wir versuchen im Moment, oh Gott, sie trainiert mit der Valentin in verschiedenen Hallen. Das heißt, die Wettkampf kommt, jetzt steht vor der Tür. Und ich versuche, sie natürlich überall zu begleiten, sie zu motivieren, sie ein bisschen zu coachen und so. Und immer, wenn sie mich braucht, bin ich da. Das ist das aller, aller Wichtigste. Meine Kinder stehen, mein Mann und meine Kinder stehen an der ersten Stelle. Und natürlich meine Mutter um Gottes Willen. Also meine Familie. Sagen wir das mal so, meine Familie. Und daher habe ich das ein bisschen kurz gepostet. Wir sind wieder in der Halle und so. Und doch, dann kam diese ganzen Herzchen. Da dachte man, du musst danke von der Lange. Also an dieser Stelle lieben Dank an alle, die ein Herzchen geschickt haben. Das war schön. Genau, es hat sich sehr treu gefreut. So. Oh Mann, ich liebe Quatschen. Dann merkt ihr das. Ich komme einfach nicht zum Schluss. So meine Lieben, an dieser Stelle wünsche ich noch alles Gute. Sie sehen uns. Bis bald. Bis bald.